Die totalen Klippen! Oh mein Gott! Nein, deine Hechterparodie bringt's einfach nicht. Ja, keine Ahnung, wie soll ich immer darauf kommen? Ja, weiß ich auch nicht. Starte das Level. Die Leute wollen... Willkommen zu Part 30. 30, müsste es sein, ja. So, im klebriger Mission. Die Leute wollen nämlich nicht am Gebetler reden, sie wollen das Spiel sehen. Naja, wenn sie überhaupt was sehen wollen. Ja! Aber ich glaube nicht, dass sie da bei sich bei YouTube Videos angucken und zwei Volldecken beim Reden zu sehen. Also zwei Volldecken, das trifft es schon sehr, glaube ich. Vor allem denke ich, weil ich mich sonst hier zu dir hinsetzen würde und mit dir spielen würde. Weil ich überunterstöße würde. Weil ich die 5 Uhr überreden müsste. Ja. Oh! Oh! Also irgendwie witzig so ganz, ne? Vorsicht, sonst gibt's Schoko-Kon. Älter-Familie! Weiner-Familie! Weiner-Familie! Kaput gemacht! So! Wir sind hier in klebriger Mission. Und da ist wieder diese Mauer. No, Jordi tue es nicht! Ich kann nicht hoch! Warte! Warte! Ja, mal! Wir müssen das Viech zerstören. Wollte ich gerade sagen, naja. Münze! Münze! Viecher! Ich hab Angst vor dem! Wieso? Weiß ich auch nicht. Hey, hier oben sind Münzen! Danke, du! Ich hab nix gemacht! Du musst ja abgehauen, deswegen bin ich jetzt nochmal verrückt! Nein! Doch! Da bist du doch! Also, was willst du? Boah! Vielleicht noch ein paar Leben mehr! Oh! Banane! Wuhuuu! Oh! So! Das war witzig! Okay, letztes Leben! Nee! Ich bin Schoko! Du gelaufen! Du rückst ein paar Mal zwar! Nee! Auch mal, das ist gut! Ich will die Schoko sagen! Die holen mal irgendwann beim Let's Search! Okay? Warte mal, das ist ein Leben! Das brauchen wir! Das brauchen wir! Jo, hol das Leben! Nein! Huls! Los! Huls! Nein! Okay, wir sind einfach zu unfähig, wir beide! Und wir sind tot! Ehhh! Heyyyyyyyyyy, Сsshk! Okay, wir sind viel zurückgekommen! Gimm ich voll! Nein, mache ich nicht! Boah! Kannste mal sehen! Aber irgendwie finde ich immer noch, dass die Musik sich sich anhört, wie letzter Tag bei Mario Rosemalska! Nein, nicht immer noch! Eine leichte Ähnlichkeit hatte! Nein! Auf keinen Fall! Da fehlen die Glocken! Stimmt! Hell's Belt! das ist echt diese das macht da haben waren das ist das kommt hier noch nicht schon irgendwann mal der was geben also so wie das da gerade ausgesehen hat könnte das ein bisschen dauern ein paar paar falls wir in diesem park nichts schaffen schlagen wir lassen wir den auch einfach weg und kloppen ihn als selbst fehlend dran Nein das ist wie in den selben Fehler wieder und wieder machst das macht Laune Schoko Schoko Spreng Die Wand Die Mauer muss fallen Ja genau Vorsicht ihr kommt jetzt wieder die Verarsch Was ist das denn Walter? Wuiiii Das ist das nicht wahr sein Da bin ich wieder Ich könnte mir das nicht erlauben Ja Das kaputt machen Aber ich habe eine Mütze Ja Das ist mal wieder tot Also Irgendwie Schmerz Stopp Danke Ich meinte Ich habe mich als Wort geschossen Mach doch nichts Alter Sag mal kann das sein dass du irgendwie Das behindert mich Ich kann da nicht hochfliegen Die fallen unterschiedlich Ich bin dann diese Sehr schramm behindert mich auch ich kann da nicht hochfliegen Richtig Meinst du das der dich behindert? Ich bin tot 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 Schokolade Oder wie Nein das wird Ich will es jetzt nicht sagen Das könnte ziemlich eklig sein Ich hätte jetzt gesagt dass es wahrscheinlich so für irgendwas ist Oder so Aber dann wäre es ja nicht die Clip Sieht trotzdem irgendwie Thea mäßig aus wenn ich das mal so sagen darf Ja dasiens mit Das hat sich sehr gelohnt Da war es sein Nein Da war das Nein Ich scheißt Ok Ja ich schiaß drauf Los mal okay da oben ist was was das war das ich komme mal wieder warte am besten gern geschehen das leben das leben das leben das leben das ist egal das heißt es lebt es mal zu ändern wo sie sein ja springen die war der china stand das kurs ist halt ich glaube ich habe mich brüsselteile anstrengen ja genau deswegen habe ich auch gesagt springen springen nicht gut auf das frustrationszeit alle menschen sie einsammeln und das level überleben der 1 davon ist schon schwierig genau fragt mich nicht was schwieriger ist jetzt im kurs das ist gar wollen wir mal alle konto starb ich bin drauf gesprungen ich bin drauf gesprungen gestorben bin ich auch hier pass auf pass auf die taxe rausgesprungen nicht gestorben jetzt leben abgezogen bekommen und drauf gesprungen und erst gestorben ich bin tot habe ich gemeldet ist auch hey hallo in gar mit connection hier unter der maurie zu uns auch nach kassel ist nicht bekannt wo da bin ich siehst du das kann ich noch damit ich hatte durch das kann doch da ist dann doch siehst du bist du nicht bei dem stützposten dazwischen toll und deswegen töten wir jetzt diesen kerl ja ich sag nichts ich sag überhaupt nichts finde ich gut kommen bis zur nächsten sicheren stelle dann machen wir erst mal schluss mit diesem part du willst also doch tun ja weil wir vielleicht mal wieder ein paar leben kommen okay halt bleibt ja stehen das sind nur gegner alter okay das nächste mal sehen wir uns wieder im maul des riesen fossils tschüss 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 tschüss